ja ich schnapp mir das du und es ist gleich sonst stink ich und ich habe wieder ja aber nicht dass du jetzt so spät wahrscheinlich so kriege jetzt die stein danke und ich bin ja schon gejagt da sie gerade nur aus dem augenwinkel gesehen dass sie da meine füße was bewegt die dinge verursachen sofortigen beinbruch okay noch war einer oder hast du sie gemeint die habe ich gemeint ach so okay zerwegst sie okay das kriegt man nicht daraus nix okay da kriegt man holz raus wir brauchen holz somit aus den dingen da ist nix rausgekommen schade nix ziehen ich schaue doch da kriegt man sanzeig oder so gut ich gehe da rein da steht eine riesen munitionskiste was war jetzt was denn keine ahnung warum der jetzt abbruch so ich werde bereuen dass sie die jetzt schon aufgemacht habe 13 oder großen für scharfschützen gewehr oder jagdgewehr die munition coole sache so dass das kräpt man das können unter umständen rausschmessen und in wird jucca sieht habe übrigens sehr gut ja cool ein kartoffel bringt das nein einen kartoffel habe ich auch gefunden den rucksack habe ich ja schon ich habe da noch einen behälter dann schmeiße das da rein das verrottende fleisch da mal rein und das baumsaat okay dann wollen wir jetzt zusammenlegen ja ist okay ich nehme das nur schnell auf dass da nix verschwindet wo ist er? im großen zelt okay so eisen, messing, blei, nitratpulver habe ähm eier eier, ja, ja, ja eisenbruchstücke ja, ja habe ich alles vom abbauen ok, kohlebrucken ok, kohlebrucken mhm ok, ähm eier, die tue ich da rein mais mhm, nein gut, denn da sind bei mir Schießpulver warte, fragst du mich Sachen äh, nö, nein geld nein dollar noten als Stofffetzen ja golden rot mhm, ja cotton öh, ja sesseln kann ich ja, äh, alten Stuhl könntest du meine schmeißen yucca seed kleber feilspitze, glaube ich wirst du nicht haben mhm so, ich geh einmal raus ja und ähm du kannst nehmen, was du haben willst du und kannst mir was reinlegen ok, das ist es das passt alles zu meinem mhm mhm du siehst, da habe ich nur einmal jetzt ein paar Glosfragments so auskriegt die könnte ich da noch einmal reinschmessen mhm mhm steinchen abbauen ähm gut, du kannst schon rein ich schaue noch schnell, was ich an Schüchern habe ok, dann schmeiße ich dann noch die Stoffe zu oh, ich habe noch die super, dann trage ich die was ist mit den Snowpeares, soll ich die mitnehmen kannst haben, ja passt ok, soll ich noch irgendwas nehmen ich habe jetzt vier frei äh ich habe eins, zwei, drei drei frei ja, dann passt das irgendwas ist jetzt drin ich glaube Stoff jetzt und da wird es nochmal rein geben ah, nein Sessel die kannst du scrappen die schmeiße ich bei mir rein, ne ja zerlegt er die auf Holz, oder? ja ah, ok ich nehme da dann noch das Holz mit äh wir brauchen Spikes Zelte bauen wir ab bauen wir was ab, ja ok, dann beginne ich damit mhm dann baue ich da wieder die Zelte ab ich weiß wofür ich das alles baue ums Holz ah, da hinten steht noch eine Kiste und den Baumstumpf weißt du da schon? nein wenn du mich auf das große da konzentriert sooo die da mal scrappen und wir machen uns eine gut da ah, jetzt soll ich zwar naja wurscht nix drin na oi na oi eine Waschmaschine ach wie süß ein eine Shotgun und drei Shotguns na, ehrlich? ja komplett fertiger ja aber grau macht ja nix cool besser besser wie nix genau gut, dann werde ich im Hintergrund gleich wieder Spikes anfertigen so Spikes sieben wundervau so Spikes sieben wundervau ja wir sollten uns dann langsam auch umsehen, wo wir unser Projekt verwirklichen, unser Bauprojekt ja ein bisschen haben wir schon außerhalb des Games ein wenig diskutiert, wie wir es aufbauen könnten es gibt glaube ich auch schon ungefähr einen Bauplan mhm ja wir werden eine ebene Fläche dazu brauchen ja wir haben schon gesagt, wir werden schauen, dass wir sie irgendwo zwischen dem Händler und der Stadt positionieren was dann die da mit der Waschmaschine in der Wildnis keine Ahnung aber wäre cool, wenn man sie zerlegen könnte, aber ich habe keine Range dabei wir haben generell keine, gell? na, nicht mehr gefunden mhm wir müssten einmal schauen, da bei der Stadt oben umrand irgendwo ein Toolstore oder sowas okay ja so im Baumstumpf kann ich ja auch abbauen, ne? ja, den habe ich schon weil es wird nichts mehr respawnen und meine Axt ist schon wieder immer immer okay, dann gehe ich da gleich eine rein, ne? bitte 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 schön hast du schon danke okay so, also für Plantagen sollten wir genug Stoff haben in der nächsten Zeit dass so jeder ein paar drin hat ich habe sowas schon einen von das Deck hm ich habe nur eine Hellbandage dabei, aber eine Hellbandage aber ja, nur eine aber die normale habe ich ja, die habe ich ja, die habe ich okay war das bei dir? äh, ich bin bei dir ich bin auch versteckt ich bin bei dir ich bin bei dir wir gehen mal in die Hucke ich schaue da mal kurz nach unten hm da ist nirgends was das kriegen wir eigentlich aus der Cleanbox aus, gar nichts gar nichts gut, das diente zur Landschaftspflege ähm ich würde sagen, wir machen uns dann an die Bäume von der Tourweg an die Bäume so, jetzt ist meine Axt im A ich finde ich dann auch gleich eine okay auch gleich eine hm gut, dann schmeiße ich das raus bitte halt da draußen hast du? gut da ist sie so wow hm ich habe was dann? 700 Stofffetzen fast die könnten zusammenlegen mhm so, gehen wir zur Munitionskiste, dann stecken wir das zusammen mhm und zwar ähm ich habe jetzt da zwei volle Stacks und ein bisschen was bringe ich noch drauf 214 ist da angefangen also wenn du nicht allzu viel hast okay nimm die ich dazu ich habe 11 und es waren 2,50er Stacks okay dann schmeiß die 11 rein habe ich schon äh ja ein freien ein freien platz habe ich dann das ist cool die Munitionskiste da die können wir nämlich zum naja das ist weit weg von der Stadt das bringt nichts ich habe mir gerade gedacht das wird so unser Loot Lootbox wo wir alles rein genau auch da unten ist noch einmal so ein Haus wie es wir besetzt haben ahja dann schauen wir nach oder? nein wir müssen die Bäume machen ahja so ich werde jetzt ebenfalls oh Wanderhorde an dir vorbei gezogen da nach oben ahja ich sehe sie 3 sie kommen zu uns da kommt auch jede Menge noch ok dann werden wir über diese da abholen oder? einmal in die Hocke dass sie uns nicht sehen wer da runter ist äh Holzstacheln soll ich Woodlock oder Woodspikes Woodspikes ich gehe da runter 23 Kanne dann mache ich einmal 10 Stück achso wo du es jetzt hin ne in meiner Angst mhm jetzt habe ich nichts mehr frei das 25er die Knochenklinge schmeißen wir weg die ist ja nichts mehr ach das ist eine gute Idee habe ich die noch? nein die ist schon alter das war ein riesen sagen wir mal sind die irre im Tag 6 da geht ein Wanderhorde mit 20 Zombies herum ich bin unter dem äh Lager ja ich bin da zu dem Baum unterwegs zu dem von dort auch da ist nur mein Mais das ist sehr gut ich habe auch gerade auch einpaackt gleich nochmal mitnehmen Messer mache ich dann erst später draus damit einer schön es deckt weil wir haben ein wenig Platz dem wir mittlerweile Goldenrod kann ich nicht mehr nehmen. Ich habe einiges an Goldenrod. Wo bist du? Ja, der steht da ja überall herum. Ich schleich mich durch die Gegend. Ich knutsche gleich den Kaktus. Ja, wenn du das viel willst. Ich weiß nicht, warum ich so nah gegangen bin. So, Achtung, Baum kommt an den Hang runter. Ja, ja. Nicht erschrecken. Okay. Ich bin hinter dir, nicht schrecken. Passt. So, Baum fällt. Wie schaut es bei dir aus mit Yucca-Fruits? Nur 17, leider. Ja, darum, am Retourweg werde ich jetzt looten. Und, hoppala, einfach die Nester looten und die Kaktusse mitnehmen. Kaktin-Kaktusse. Kaktusse. Hm. Jetzt habe ich es wieder. Na, das kann aber... Achso, ich habe ein Blut. Das sind ja nur die alten Stenme. Jetzt habe ich mir keine schon wieder wegs. Ja, was haben wir geskillt? Die Preisen immer auf Werkzeug, Waffen, Schmiede. Was hast du noch? In meiner 6.9 haben wir beide genommen. Ja, genau, ich habe Camille und, ähm, na? Survivor. Survivor habe ich auch. Ja, die wir ab, beide. Also, wenn ich noch genommen... Ja, ich habe die stumpfen Waffen, habe ich einmal genommen. Okay. Wo... Ah, ich habe dich schon hinter mir gelassen. Ja, ich mache dann ein bisschen Kaktin da oben. Mhm. Ich gehe auf den Baum da los. So, wir haben es um 19 Uhr. Wir sollten re-tür, gell? Da wird es sehr finster. Ich glaube, ich bin nicht schade, ist es nur heller. Ja, ich schaue einmal, wie es bei mir mit dem Kaktin ausschätzt. 37, ich bin auch nicht voll. Ja, und ich habe Zambys am Arsch. Okay, dann lauf Richtung Heimat. Ich lauf mal, ich kann dort den U-luten. Ja. So, geht schon wieder. Etwas Clay wäre nicht schlecht, wenn ich noch finde. Achso, okay. Was dann? Ich dachte, ich soll jetzt dann mitbringen, weil ich keine Schraufel. Nein, nein, Schraufel habe ich eh bei mir. So, aber 50er sollte jetzt gleich voll sein. 43. Ein paar wenige Kaktin noch. Okay, ich brauche die jetzt nicht. Könntest du bitte fernbleiben von mir? Scheiß zumal. Aber weil die jetzt abgehängt, oder? Ja, das geht auch. Der läuft noch immer nach oben. Mhm. Oh, da ist ein Koffe-Seed. Wo steht es mir drin? 46. Dann nehmen wir den da noch mit. Na, komm schon. Steinkern. 48. 50. Nein, der hat jetzt noch einen hergegeben. Alter. So, aber jetzt. Jawohl. So, ein wenig Clay wäre nicht falsch. Ah, das war der Baum, womit er ausgehört hat. Und er gestört hat. So. Ah. So, ich bin Richtung Heimat unterwegs. Okay. Ich werde da noch ein paar Bäume machen. Mhm. Ich lauf auch. Wollte ich nur mal sagen. Okay. So, ich bin da am Weg, weil ich möchte unbedingt nur die Wassergläser nehmen. Ich werde da noch füllen. Okay. Na. Na. So. Die Naturschein-Flecken werden entfernt. Na, geh schon. Na, schau. Der Grab ist immer Arsch. So, das ist der Weg zu unserem kleinen Häuschen. Wo wir derzeit residieren, eingepunkert sind. Ja, da ist es. Home, sweet home. Ich habe da gerade mitten in der Pampas einen Rucksack gefunden mit einer Taschenlampe drinnen. Keinen Platz mehr. Dumm gelaufen. Hast du schon eine? Ja, ich habe eine. Super. So, schauen wir mal, dass wir da runterkommen. Glück hast du noch, ne? Bis 22 Uhr. Stellst du schon mal auf? Ich glaube, es wird knapp. Ja, ja. So, Flaschen gefüllt. Sind? Ja. So, so ist. Mit der Maus bin ich ja noch nicht ganz... Da komme ich noch nicht ganz zurecht. So, jetzt sollte es das ja ausgehen. Wir haben wieder 62 aus. Wo ist er da? Ja, aber in die Richtung kommen wir. Da sehen wir schon unser Dach. Das, was kurz eingeblendet war und jetzt weg ist. Da steht eine Zombie-Dame. Okay. Die ist schon aufgebaut. Ja. Da kommt noch ein Hangar auf. Da ist sie schon. Bist du erinnert? Ja. So, alles zu. Da auch alles zu. Kommst du raus? Ach, ja. Baust du ab? Jo, ich baue. Gut. So. Mal gucken. Das wird also unser Aktions-Dach. So, ich gebe gleich mal das Wasser rein. Und wir sind schon wieder am Ende. Jo, war deine Ansage, glaube ich. Okay, ja. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch. Schaut wieder rein, wie wir uns weiter wurschteln. Ja, und was will sie jetzt machen, weil dann ist er Rottentag. Also dann, bis dahin. Ciao. Tschüss.